Norddeutscher Rundfunk 2021 Wer ist dieser Mann? Der Busfahrer. Er ist wahrscheinlich kein Einheimischer. Fahrt er schlecht oder fährt er gut? Der Busfahrer ist gut. Ist okay. Wir trauen alle. Danke, danke. Dann habe ich nicht so genau angeschaut. Wir sind junge Mann, oder? Ich bin Srbo Ljubajić. Ich bin 1983 in Petrinji. Ich bin Hrvoje Štebih. Ich bin 1973 in Zagreb. Ich bin 1945 summeriner. Aber der Oberfl Peng, Unten noch einmal. Ich binторы Untertitel im Auftrag des ZDF. Ich habe meine Eltern, mein Vater Gabriel und meine Frau Dubravka. Mein Vater war in der Industrie in Zagreb, in einem Unternehmen, der sich in Toki-Voki-Voky-Voky-Voky-Voky-Voky-Voky-Voky-Voky-Voky-Voky. Meine Mutter war in der Firma, die sich in Astra-Izvoz-Uvoz war. Meine Mutter Mir, die Wirtschaft, der Künstler, der Vater Jovo, der Fahrer, der Fahrer. Nein, nein, nein. Dann werden wir uns später wiederholfen, und wir sehen uns, können wir uns sehen? Okay, ich werde dir alles sagen. Wenn wir uns sehen, werde ich dir alles erklären. Ich liebe dich. Es ist eine große Familie. Meine Eltern, meine Eltern, meine Eltern und meine Eltern. Natürlich ist sie auf dem Meer. Es ist drei Wochenende. Als ich 7 Jahre alt war, habe ich meine Freundin. Und wieder ein neues Weihnachten. In meinem Leben, das war der Zeit, als sie als Kind war, hatte ich mich sehr verletzt. Das war der Grund. Es war nicht so viel Liebe. Wir spielen auf der Schule. Das war mir fantastisch. Wir spielen alle Tage, wenn wir es möglich sind. Wir denken, dass du ein verrückter Spieler bist. Wir spielen mit uns auf der Straße, auf der Straße, auf zwei kleine Gäste. Wir kennen uns aus der Jahre, seit 1978 bis 1979 Jahren, seit fünf Jahren. Das war ein bisschen früher. Das war ein bisschen früher. Und das war ein bisschen früher. Die erste, die wir uns trägt, Die erste, die wir uns trägt, als ich daran erinnere Jahre, die wir uns trägt, die wir uns trägt, die wir, die wir haben, das war ein Jahrhundert. Sie haben wir schon früher, die wir uns trägt, wir sind früher in der Straße. mit einem Kampf, wo sich die Kampfer auf die Kampfer gestellt haben. Und er hat mich mit einem Kampfer geführt. Der Hauptschule war Bratstwo und Einheit. In Trešnici war es auch die Vrtić, die Hauptschule und die Kirche von Sveto Keosip. Es ist alles in einem Ort, neben dem Trešnjaer Platz. Die Schule war großartig. Er war sehr viele Kinder. Er war Nemira. Er war nicht problematisch. Aber er war immer fair play. Er hatte keine Probleme, von irgendwelchen Verlangen und Verlangen. Er war immer wirklich richtig. Er war sehr unabhängig. Er war sehr unabhängig. Das würde ich heißen. Blizu, 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 blizu. Ich habe die Kinder begonnen, wie alle Kinder. Mit den Freunden, mit den Eltern und mit den Eltern. Die Wohnung war nicht geschlossen. Er ist die Bewerber. Wenn man ein Kaffee aus seinem Haus braucht, dann kann man sich um sie zu tun. Das war nicht so, dass Serbisch oder Hrwatsch, das war nicht so. Wir sind die Katolische Božić. Wir waren immer bei uns. Das war meine Eltern. Wir waren immer bei Bajic. Ich bin bereit für die Krenpite, aber sie hat mir geholfen. Ich bin bereit für die Krenpite, und sie hat mir geholfen. Wir sind alle hier, die Krenpite und ihre супrugin. Wir sind so zusammengekommen. Wir sind alle, wir essen, wir essen, wir essen. Es war schön. Ich erinnere mich bei Petrini, bei einer sehr gute Kindheit, im Football Club Mladost, im Lokal Club Petrinji und natürlich, wie auch alle anderen, bei der 1991. und die Zähne. Es war gut, es war gut, aber ich habe gesagt, ich habe ihn geschlagen. Ich erinnere mich, ich habe ihn nicht gewohnt, aber ich habe ihn nicht gewohnt. Ich habe ihn nicht gewohnt, aber ich habe ihn nicht gewohnt. Wir waren immer wieder, wir waren zwei, wir waren 15, 16 Jahre alt. Wir waren mit mir, und sie hat uns geholfen. Und ich habe mich immer gesagt, wenn ich mich nicht gut fühle, dann werde ich meine Momin und Tate sagen. Du musst du hier sein, dass das alles fertig ist. Du bist nicht gewohnt. Du bist nicht gewohnt. Du bist mir. Und dann gehst du auf die Kaffe, bei Italien. Das heißt, ich gehst auf die Kaffe. Das heißt, ich habe das Januar von Srblib. Ich habe das Gebäude Teller von Srblib Stamenkovic. Ich habe das Gebäude für ein Aufmerksamkeit, Ich glaube, mein Name ist nicht aus einer nationalen Entscheidung. Ich bin von einem Mann, der im Moment war für meinen Vater, und später ist mein Vater. Ich erinnere mich, dass es mir sehr schön war. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Warum ist es mir so wichtig, dass ich meinem Vater, Srbolj? Als mein Vater kam zu mir in die Krankenhaus, ein medizinische Freundin fragte mich, wie er sich der Name ist, und er fragte mich, wie er sich der Name ist. Als er mich in die Hand gekommen ist, hat er sich mit ihm gesagt, dass er sich der Srboljub ist. Er standen und erhielt mich, und er hat nichts gesagt, aber er hat sich nicht gesagt, dass er nationalismus und so weitergeht. Stamenković hat den 4.5-4 und hat den 4.1-4. Unfortunately, ich habe mir gesagt, dass der Vater von dieser Serbe ist. Das ist die beste. Er wusste, was dieser Liebe war für die Serbe Stamenković. Der Mann ist nicht so, was er, was er von der Serbe Stamenković. Er hat den Szenen, dass er in der Serbe Stamenko die Stamenko ist. Man kann sich das Café auswählen, als der Säver den Herbst, der den Herbst. Er hat zwei Stamenko-Driblings in eine kleine Stamenko. Er hat den ganzen Stagen auf die Kiste. Das ist das. Er ist ein Mann, der sich auf sich unter anderem, mit einem kleinen Begriff, die nur legendärer sind. Er ist eine richtige Legende in Amerika, in der Indoor-Football zu spielen. Er ist ein Teil von heute, und heute ist er eine gewisse Ausgabe, damit er in der Endeffekte, wie die Legende enden, auf eine gewisse Art und Weise, auf den manchen, in einem Fall, in einem Fall, die seine Geschichte nur in der Vergangenheit verabschiedet wird. Es war nicht so, dass Serbisch in Hrvatsko war, aber auch Serbisch für Serbs und Hrvo für Hrvats. Ich hatte Probleme mit den Eltern, aber nicht auf der Tat. Ich wollte so viel leben und so viel leben, dass es ihnen unbefaltig war, dass ich als Klinger bin, von 10 bis 12 Jahren, bis 10 Uhr nach oben, wo sie mich nicht mehr finden können. Ich habe mich mit Kindern gespielt, in Krančeviće, neben der Stadion. Wie auch er ist, ist kruppig. Er ist ein sehr guter Mensch. Wer weiß, wer weiß, wer ist. Ich war kein Kvarrer. Ich habe keine Probleme mit dem Krančevi. Ich habe einfach gewollt. Ich habe einfach gewollt. Ich habe hier angefangen, zu spüren, zu spüren, zu schoen, zu schoen und zu schoen. Wir wussten alles. Wir lieben Rege, Wir lieben Beatles, Ramonse, Rokabili Musik, Pink Floyd, Led Zeppelin, Haustori, später sind die Mäcke. Wir lieben Prljavo Kazalište, Parni Valjak. Wir lieben die neue Fosile, Olivera Dragojević. Wir lieben die Stadion, mit alten Lappidari. Wir lieben die Stadion, in Zagrebe. Wir lieben die Slowenien, in Dobovi. Wir lieben die Jäbuka, und wir lieben die Salonen. Wir lieben die Salonen, und wir lieben die Dino. Das war's. Ich bin für Dinamo. Das war's von Malena. Ich weiß, dass wir Mlinarić und Develić spielen haben. Das war für mich die erste größte, der Maximilien ist. Es war immer so viele Menschen auf der Ebene. Es war immer sehr gut. Das war eine Spitfire-Bereine. Das war bei Bad Blue Boys ein Wunder. Es war der Bedeutung der Bedeutung. Das war der Bedeutung. Das war ein Wunder, als wir die Bedeutung haben. Das war die Bedeutung. Das war auch was die Bedeutung. Wir sind mit DINAMO, das sind mit Kord. Wir sind mit Bad Blue Boys. Das war ein Problem. Das war wirklich ein Problem. Petrin war sehr euforisch, wie auch in der ganzen Welt. Ich erinnere mich, dass ich auf dem Krevet, da war ein großer Poster mit allen Titulern der Reden Zvezde in der Geschichte. Es war ein sehr schwerer, das war ein paar Tage lang. Es war eine Euphorische. Es war eine Euphorische. Es war in Srpsko und Hrvatsko. Es gab nicht nur einen anderen Klub, dass es nicht Dynamo oder die Zvezda war. Der erste ist Toljan. Der erste war für Dynamo, der andere war für Zvezda. Der erste war für Dynamo! Der erste war für Dynamo! Ich habe versucht, die Zvezda zu sehen, als die Zvezda war. Aber wir haben nicht geschafft, zu gehen. Und das war eine Zeit. Die Zvezda war nicht mehr. Die Zvezda war ein Bedeut. Die Zvezda war ein bisschen unter dem, das war ein Problem. Und die Verletzungen der Zvezda war. Die Verletzungen sind die Zvezda. Wir wissen, wie es nach dem Ende ging. Es gab auch Probleme, besonders in der ersten Schule. Es gibt viele Kinder, wie es der Name ist, wie es der Name ist, die Kinder spielen. Bei uns haben wir ein Präsidium, wie es Srbisch ist. Die Hrwata nennt sich Srbisch. Aber was denn jetzt? Ich war ein Hrvatischer. Ich war ein Hrvatischer. Wie ich in der Radio habe, war es nicht gut, um einen hohen Wert zu bekommen. Aber mit meinen Kollegen, mit denen wir uns funktionieren, war es gut, und heute nicht mehr Probleme. Es war eine normale Ancesthäre. Seit 1991, Es gab keine Sorgen zwischen den Menschen. Mein Vater hat mir gesagt, dass ich mich, aus dem Namen habe, nach meinem Vater in Panchevo, vor der Schule. Ich hatte meine Eltern in Deutschland. Mein Vater sagte, ich glaube, es fühlt sich natürlich. Es war politisch. Ich habe gesagt, die Tanker und alles. Mein Vater sagte, ich gehe auf 10 Tage. Als wir das, um 17.30 Uhr, eine Gruppe, vor dem Bahnhof, in Petrin, und es ist noch nicht bekannt. Ich bin schwer. Ich habe sogar die Frau von Srba bekommen. Ich habe mir gesagt, dass ich meine Eltern bin. Meine Familie kommt mit dem Flugzeug aus dem Zugriff nach Beograd. Das ist der erste Mal. Ich habe sie gesehen, nach drei, vier Monaten, wo wir uns nicht nur ein Minutes verabschieden haben. Ich wusste nicht, wann ich bin. Ich wusste nicht. Es war nicht leicht. Manche Menschen sind weg. Die Kinder sind weg. Das ist alles weg. Aber was ich sagen? Ich habe es gefeiert. Ich bin einfach nicht gefeiert. Die Kinder haben sich keinen Zaun. Ich habe es nicht gefeiert. Ich habe es in meiner Wohnung. Die Wohnung ist verabschiedet, die anderen sind verabschiedet. Ich wusste nicht. Ich muss jetzt gehen, oder ich habe es keine Glamen. Ich bin in 1991, in Zagreb oder in Dubravic, bei der Daden und Baben, in der Stadt. Und dann gab es die Bomandierung von Zagreb. Und da gab es eine große Angst. Auch bei meiner Mutter, der Vater und Menschen, die mit dir die Sicherheit haben. Wenn sie sich mit ihnen beschäftigt, dann ist das sehr gefährlich. Wir haben die vierte, dass wir in den Krieg gehen. Meine Freunde, Kruno, Andrej und Tomislav. Wir sind aus der Schule gegangen. Wir kamen mit dem Vlaken. Wir kamen mit dem Kraljeve Velike. Wir wollten uns nicht bekommen. Wir waren nur 17. Wir waren 18. Wir sind hier, und wir waren hier. Wir waren da. Als seine Mutter kreiert, war ich sehr schlecht. Denn ich war der beste Freundin. Es war sicherlich nicht so, dass ich nicht wo er ist. Ich wusste nicht, weil er aus der Schule kamen. Wir sprachen immer, dass wir da kommen. Wir wussten uns nicht, dass wir da kommen. Es war nicht so, dass wir heute auf der Kaffee sprechen. Ich glaube, es war so, dass ich mir eine Kaffee erzähle. Eine Kaffee, und nach der Kaffee gehen wir nach Rathaus. Es wäre wichtig, dass alle Eltern alles in der Kaffee gefunden haben, in der Kaffee, in der ersten halben Stunde, und das wäre ideal. Das wäre ideal. Die 15 Tage hat ihre Mutter wirklich besiedelt. Wir haben nicht wirklich gedacht, was uns da ist. Aber es ist wirklich so, dass wir uns da sind. Aber es ist wirklich so, was wir uns da sind. Wir haben uns da. Wir haben uns da. Du bist da. Das ist wirklich der Schmerzeste für dein Leben. Wie fühlst du dich? Was ist das? Wir sind in der Aktion, um 12 Kilometer nach Jasenowcu zu fahren. In einem Tag, bei uns waren die Grenzen, WB-R-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ich bin auf alle anderen Seite gekommen. Einige Leute sind weggegangen. Ich habe die Gehler in der Hand genommen. Ich war in der Seite in der Seite. Ich war mit den Gehler, noch ein Kilometer bis ich nicht fallen. Gehler haben mich in der Reihe, so ich hatte keine Funktion. Ich habe mich auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite. Ich habe mich in Zagreb verabschiedet und zurückgekehrt in Zagreb, in der Schalati. Sie kamen zu Hause, dass ich in der Schalati gekommen bin. Mein Vater kamen sehr schnell. Und da ist es, als ich ihn gesehen habe, die Sonne gesehen habe. Vor dem Oluje, wir sind in jedem Jahrzehnt. Ich bin noch nicht bewusst, was das passiert. Ich kann mich noch nicht vorstellen, dass es sich hier verletzt. Was sind sie verletzten? Warum sind sie verletzten? Ich wusste nicht. Warum haben sie nicht mit meinem Freund, der hier war? Als wir in Petrin, haben wir viel Zeit gemacht, Sie haben mich in der Stadt, bei meiner Mutter gegründet worden. Nach meiner Mutter war mein Vater und meiner Mutter. Ich sage einfach, als Klinac, nicht mehr. Ich werde nicht mehr zurück in Beograd gehen. Natürlich, es ist ein Krieg. Es gibt keine Strukturen, keine Grundsätzlichen Lebensmittel. Es gab viele Eltern, Eltern und Eltern in der Stadt. die 20 Kilometer von Petrinje lebten. Es gab keine Luft, es gab keine Luft. Es gab keine Luft auf Schpore, in Smederevcu. Die Stadt, Mogujaka, ist 500 Meter von der Stadt. Es war eine große Njive, in der während des Krieges, die Flugzeugen waren, und die Flugzeugen in der Vergangenheit. In einem Moment, die, ich weiß nicht, wie viele, 100 tanken waren, in der Zeit, eine Verkaufung, eine Katastrophe. Und da hat sich die Gefangenheit begonnen. Das bleibt mir als eine Verkaufung, als ich gesagt habe, ich will meine Mutter. Das war meine Mutter. Das war das. Und in der Sjever wird, in welche Art machen? Dass wir so kleine Schmerzen mit den Russen nicht vermten. Dass wir uns nicht mehr verstanden sind. Dass wir uns nicht sofort ab tramite, dass wir es in den nächsten Tagen kapitulieren können. Es war ein paar Tage. Was ich daran erinnert, war eine kleine Nacht, und ich habe nur gehört, dass meine Freundin meine Freundin erinnert. Ich habe mich erst zu denken. Er kam aus. Meine Freundin hat gesagt, dass sie meine Mutter呼fen, dass sie mich packen und gehen nach Beoblad. Die Kölner kamen nach 15 Tagen später. Das war die erste Kölner-Kölner-Kölner-Kölner. Wir kamen in die Nacht. Ich weiß nicht, wann wir kamen. Wir haben auch ein paar Tage und Nacht. Alle haben mir gedacht, dass es 2-3 Tage wird, dann wird es wieder zurückgekommen. Niemand hat sich nicht mehr zurückgekommen. Daher side ich mir nicht mehr. Nach dem Tag in den letzten缙 אנחנו die Reporter herbeige gerecht. Die Stadt der Stadt der Stadt der古ischen Kölner-Kölner-Kölner-Kölner in der Stadt würd. Bekwenehm, Bekwenehm, Bekwenehm. Ich bin praktisch bekl same, Bekwenehm. Ich sehe, dass ich die Kölner-Kölner-Kölner-Kölner, ich habe ein Schönehm, der Foto hierher wird, und sich stöhnen, aus den Herzen. Die Präsidentin der Regierung, Dr. Zorana Džinđić, ist eine Artikel 12.25 Uhr an. Zorana Džin, Dr. Zorana Džin, Dr. Zorana Džin. Moral Džin in Hrvatskoj kreise ich in Hrvatsko. Deshalb ist es, dass da nicht unsere Perryen und liberalen Geschlecht kann durchgesetze. Ich war von Kreis in Europa auf ein paar Unternehmen in einem Stufen. Ich hatte ein Sprechen in Jankomir. Das war nicht so gut. Nachdem ich mich entschieden, ein Fahrzeug für einen Autobus zu legen. Das war gut. Wir haben eine gute Arbeit gemacht, um die Arbeit sehr schnell zu gehen. Nachdem ich angefangen habe, dass ich nach Hrvatska weggekehrt bin. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass wir die Niemöchste, die der größte Land der Welt sind. Nach dem Ende der Schule habe ich angefangen. Ich habe mich mit meinem heutigen Freund, Nikolin gegründet. Wir haben uns entschieden, dass wir uns wünschen. Nachdem wir die erste Frau, Anja kamen. Wir haben die zweite Frau, Nadjü. Wir haben ein normaler Leben, wie jeder proletzende Familie in der Stadt. Aber ich habe mich daran, dass wir als proletzende Familie in Beograd nicht mehr können, dass wir ein mesec von dem ersten bis zum ersten Mal mit allen Drogen, von zwei Kindern. Das ist der erste Zeit in meinem Leben, wenn ich mich entschieden, dass ich das nicht mehr kann. Das ist der Zeit, wenn ich meine ältere Freundin hatte, die erste Zeit in der Stadt war. Meine Freundin hat mir gesagt, dass wir eine Patofne für die Stadt kaufen würden. Okay, es ist kein Problem, es ist kein Problem. wie die Kosten für die Patofne. Sie sagte, dass ich etwa 2.000 bis 2.200 Diener auf meine Wohnung sehe, dass ich 500 Diener habe. Ich bin mit meinem Freund mit meinem Freund und sagte, dass wir etwas tun müssen. Es ist das Gefühl, dass du mit deinem Freund und du siehst, und du siehst, du siehst, du siehst 200 Euro, und du siehst 100 Euro in die Rezervar, und du siehst, für die Zähne und die Zähne. Was ist das Leben? Es ist ja. Es ist das Leben. 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 Wir sind eins. Ich beobachte vorbei. Efer 소리 auf einmal im Team, welche Lust dance. Es geht weiter. Was ist das eine Sache? Will ich wieder gehen oder weiter? Wieder eine Ausbildung. Ich gehe nicht zu wissen, ich weiß nicht, wie ich mich hier bin, 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 das war die Fragen, die mich auf den 9. Januar, als ich mich auf die Beograd-Aufbahnhof bin. Die ersten Jahre waren sehr schwer, denn ich weiß nicht mehr, wie ich mich auf Deutsch war. Ich habe die Familie, die Kinder, die Familie, die Familie, die Familie, die Freunde, die Familie, die Familie, die Familie, die Familie, die Familie. Wir waren 17, 18 Jahre. Wir haben das, bis jetzt, bis jetzt, wir haben drei schöne Mädchen, Dora, Sarah und Frank. Die größte Mädchen ist die Struktur. Die Mädchen ist die Struktur. Die Mädchen arbeitet in der Kastin, in einer Kaffee, in einer Kaffee, in einer Kaffee. Der Kaffee ist von Tokmok. Er hat einen kleinen Kaffee, und er hat eine andere Schule gehen. Das ist das. Ich verstehe. Du hast es geschafft. Ja. Das ist das. Hier ist es, Mala. Wir sehen uns. Ja, super. Was machst du? Was machst du? Ich sehe die Karte, ich bin bereit. Wo geht's? Na Kupanje kod Linde, valjda. Joj. A ko je Linda? Pa, Ona ist Kraljevca, Cura. Kao je doma ima bazen? Da. Jesus. Veliki? E ne, Ona i za napuhavanje. Dora, die Dora? Dora Šljaka? Da. Da, da. Sie sind immer noch. Und die Dora. Und die Dora. 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 Ich weiß nicht. Und wann du dich kommst? Ich weiß nicht. Das ist das Frage, wo ich nicht mehr kann. Ich kann mich jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr sagen. Vielleicht für einen Wochenende. Eber. Ja, das ist gut. Und das muss durch. Nach sechs Monaten Arbeit in Deutschland und in einem Magaziner Ich habe einen Fahrrader-Bestand von Germany. Ich habe mich für den Fahrrader-Bestand auf den Fahrrader. Er hat mich kurz zu sprechen und ich bin von der Chef. Der erste Frage war, wie viel Fahrrader fahren Sie in Beograd? Ich habe mir gesagt, niemals. Er hat mich auf die Fahrrader gesehen. Wir sind auf die Fahrrader-Bestand. Ich weiß nicht, dass ich in meinem Leben etwas glücklich sein muss, aber ich glaube, dass etwas nicht passiert. Das war ein Fahrrad, als ich 30 Jahre lang bin. Das war der Frühstück, er sagte, dass ich am Mittagessen bin. Das war das. Was ist das wichtig? Hier ist es wichtig. Ich arbeite, ich bin bedanw, 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 für alles was ich brauchen. Ich bin bedanw, ich bin bedanw, ich bin bedanw, aber das ist nicht passiert, denn es ist schnell, der rhythm ist, um zu denken, um zu denken, um zu denken. Und dann wird das wieder aufgelasten. Ich bin bedanw, dass ich mich wiederholt habe, aber ich muss mich auf jeden Fall sein, dass ich meine Stimme abkackt. In der Zeit, die ich nicht so fühle, ich bin bedanw, aber ich bin bedanw, ich bin bedanw, ich bin bedanw, ich bin bedanw, ich bin bedanw. Ich bin bedanw, ich bin bedanw, aber ich muss bedanw, dass ich das so mache. Was ist das Problem? Im Grunde gibt es keine große Unterschiede. Die Geschwistern und Geschwistern kommen auf die Kaffee, die älteren, die älteren. Sie kommunizieren mit den Geschwistern. Alles ist so, wie damals. Niemand hat mich nicht verletzt, dass ich eine Sprache bin. Ich fühle mich nicht so, dass ich mich so fühle. Es ist nur wegen der Kommunikation, wegen der Sprache. Aber ich muss mich lernen. Niemals sind nicht verletzt. Niemand ist verletzt. Obwohl es um Rumänien, Spaniel, ich glaube, niemand ist verletzt. Ich habe Freunde, die Niemals sind. Wir sehen uns oft, aber und wenn wir sehen uns, normalerweise alles. Ich habe nie gesehen, dass ich eine冷ige Nacht nicht so fühle. UNTERTITELUNG When I was in the state where I was, with my family, I called my master. I took a basket from Beograd, a basket for football and the requisites that I needed for it. They were standing at the basket. A young man came and asked me where are the basket, because they are my basket. When you play football, I said, I am a goalman. He said, well, you would have come seven days to my club. I asked him if he was able to stay here just to train. It was not important to play, but I had an obligation, a mental illness. I came seven days to try and I was still here. They came seven days left. Alles gut? Alles gut? Alles gut, danke. Du bist nur noch mal. Du bist auch die Kräfte. Das ist auch die Srebrenge. Das ist nicht so, wie wir uns klickten. Wir gehen. Wir werden immer wieder. Die Generationen vielleicht nicht, aber das ist mir wirklich keine Beziehung. Das ist wichtig, dass er sehr glücklich ist, dass er ein Freund hat, auf dem man sich auf die Seite, die man kann. Er ist ein Busanac, Hrvat, Maďar, das ist nur ein. Wir gehen von Namen Krvoje und Namen Srboljub. Das Teil, wenn man nur so gesehen ist, ist es nicht verabschiedet. Aber wenn man solche Zeiten, in denen man sich zusammen zusammenkommt, dann ist es wirklich etwas blamiges. Es ist für ein Verständnis, für jemanden zu sehen, aber es ist wichtig, wie sie sehen. Ja, ich bin in der Garage, wenn ich zwei verabschiede bin. Ja, ja. Ich bin in der Garage. Ja. Ich wollte dich da kraten. Die beiden sind sich glücklich. Nein, wir sind glücklich. Weißt du was, du hast mit Malim Lilović. Ja, sie sind sie. Ja, ich bin schrauch. Ich bin wirklich schrauch. Und dann bist du, und du hast du... Wir lernen sich vor der Schrauch. Ja, ja. Du hast gesagt, ich bin Hrvo. Wie ist das? Ich bin ein bisschen. Du bist ein besonderes. Ich bin ein Sreben. Du bist ein Sreben. Du bist ein Sreben. Du bist ein Sreben. Wenn du es ein Sreben bist, dann bin ich ein Sreben. Ich habe die Hand aus. Die ganze Zeit. Ich habe das alles im Grund. Dann geht es mir los. Ich bin ein Sreben, das war eine Sreben. Ich habe das eine Sreben. Ich habe mich gefragt, aber ich habe mich nicht gehört. 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 Und dann ist das, was noch ein Geschichte ist. Du hast mir gesagt, ich habe mich gebeten, dass wir ihn kommen. Du hast du. Da. Da, da sind wir hier. Da, da sind wir hier, aber wir haben uns immer wieder zu sehen. Der erste Mal war Klopp hier bei... Da ist es auch. Da ist es auch. Wir sind hier. Wir sind hier in den Argentinien. Wir sind hier in den Argentinien. Ja, wir sind hier in den Argentinien. Wenn Sie in der Strecke gehen. Da Lombus. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen würde. Von der ersten Zeitpunkt, hat er jeden Tag erzählt, dass wir in der Finale gehen. Ich glaube, was das ist? Ich weiß nicht, dass ich das Gespräch und nicht, dass wir uns beherrschen haben. Das ist ein Freund. Ja, das ist ein Freund. Ja, das ist ein Freund. Wie er gesagt, dass wir in den Barrieren nicht ohne sie haben, dass wir nicht ohne sie haben, dass wir nicht ohne sie haben. Wie ist das? Wie ist das jetzt? Wie ist das jetzt? Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Was ist das? Na insógen? Na subuh. Na subuh, man Tehrough! Na subuh, man! Na subuh, man! Na lotnis, wir haben eine Herkaitzen. Wir haben noch eine Herkaitzen. Das war ja nicht nur ein Freund. Jetzt weißt du das? Das war Happy, Mann! Ich glaube, ich konnte es nicht wissen. Das ist sehr gut, dass es so geliehen, dass es da ist. Ich sehe ihn an der an der Elternvertretung. Ich habe schon angefangen mit dem Stannis. Ich bin in der Mitte der Straße. Und er hat sich aufbauen? Nein, nein, nein! Ich muss das aufbauen. Ich habe das aufbauen. Ich habe das aufbauen. Es ist Zeit. 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 Ich habe ihn auf dem Weg. Ich habe ihn in der Mitte der Straße. Ein Mann kam. Ein Mann kam. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn in der Wasser. Ich habe ihn nicht. Mann kam. Er hat einen Mann. Er hat eine Hilfe. Wir waren mit ihm. Wir sind 15 Minuten. Ich komme nach Fasana Garten. Der Mann kommt und sagt, dass er sich um ihn zu wissen. Er hat mich an... Ich habe ihn in der Firma. Ja, ich kam. Ich habe ihn vor. Sie sagen, sie wollen Sie sich nicht mehr. Ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn in den Restaurant. Ich habe ihn in der Schule. Ich habe ihn. Ich habe ihn mit ihm mit der Frauen in questa Stadt gearbeitet. Dann haben wir nur einen пример von diesen News. Wir haben noch nicht mehr gemacht. Wir haben noch einen Frau, ich bin der Frau gebetet und gebetetet. Dann habe ich ihn mit der Firma gebetet. Ich sage, was dieser Gej macht? Ich habe ihn mit dem. Ich habe ihn mit dem, mein Bruder. Ich habe ihn mit dem, ich sehe ihn. Ich habe ihn mit dem, dass niemand verstehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn mit dem, ob du etwas gut gemacht hast. Ja, ja, da, nicht muss. Also, in anderen Fähler gibt es nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Ich habe die dritte Brücke, die dritte Brücke rüber versucht zu gehen. Und du bist dann hier oben. Sie warten und warten, um zu kommen. Die dritte Brücke! Dann haben wir einen Daumen. Ich hab dich gesagt, dass ich einen Daumen nach unten sage. Ich hab in Beograd gesagt, dass ich dich da, und ich dich bin. Aber ich kenne sie, dass ich dich. Das ist gut. Das ist so, wie ich... Das ist so. Das ist so. Das ist so, dass ich euch auszüglich bin. Ich habe mich mit einem Luka geschickt. Mit dem ich so auszüglich bin, das ist so, was auszüglich bin. Listen! Wie ist es mir das zu sagen? Du bist mir das zu mir vorgegen, was mir das zu sagen, dass ihr in eine Richtung kommt? Du bist mit einem Zellen-Lopter. Das ist mir das zu sagen. Ich habe mich nicht mehr zu sagen. Ich bin ein Tag, auf 220, auf der Winning und sage, aber ich sehe mich, ich habe eine Sache gemacht, ich habe einen Zaglöbchen. Ich sage, wie ich bin, ich bin ein Zaglöbchen. Ich habe einen Zaglöbchen. Was ist das? Ich habe einen Zaglöbchen. Ich habe einen Zaglöbchen. Musik Musik Ich bin ein bisschen auf der Kopf. Ich bin ein bisschen auf der Kopf. Ich bin ein bisschen auf der Kopf. Für mich ist ein Gespräch mit Serbisch sehr gefährlich. Der Komplett mit ihm ist völlig serieisch. Seit dem ersten Tag ist das so. Und ich glaube, es ist total unverschämt. Wir sprechen über die Vergangenheit, über die Weltkrieg, über die Erinnerung, über die Erinnerung, was er, was er, was er, was er, was ich, was er. Wir haben uns komplett versucht, dass die Geschichte nicht gut war. Und das war es. Wir haben uns gesagt, dass wir uns nicht mehr darüber sprechen können. Die Dinge, die wir sind, müssen bleiben. Wir müssen weitergehen. Wir müssen einfach nicht darüber sprechen. Wir wollen nicht darüber sprechen. Wir haben nichts von der Vergangenheit in der Vergangenheit. Mit unserer Freundschaft, we sind immer noch nicht. Wir sind denn alles von der ersten Dasein liegt. Wir haben unsozum, dass wir uns zusammenke、 als er, er, ich, 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 ich. Wir haben noch nie etwas, die Czartigkeit ist. Wir waren wirklich zusammen, die Energien haben. Wir denken, dass wir die gleichen Dinge sehen, wir sprechen, wir sehen, dass wir die gleichen Dinge sehen. Natürlich, wenn wir in der Zukunft schauen, was wir von der Vergangenheit haben, ist nichts. Das, was jetzt für drei Minuten war, ist die Vergangenheit. Es ist nicht möglich, dass wir in der Vergangenheit sehen. Wir glauben, dass die Vergangenheit der Vergangenheit ist. Wir glauben, dass die Vergangenheit der Vergangenheit wird. Wir glauben, dass die Vergangenheit wird. Wir glauben, dass die Vergangenheit wird. Wir glauben, dass die Vergangenheit wird. Sie beginnen, dass die Vergangenheit der Vergangenheit ist. Vielen Dank.